Kann man das Bierbad austrinken? Schmeckt es gut? Meine Antwort ist dann immer darauf, wenn Sie 37 Grad warmes Bier mögen, Sie können gerne probieren. Es ist nicht giftig, aber es schmeckt bitter. Mein Name ist Stig Andrea und wir befinden uns hier im Bierschwimmbad, hier in der Brauerei Starkenberg, im Schloss Starkenberg in Tarinze in Tirol. Dieser Raum war vor 15 Jahren noch Teil der Brauerei. Dann hat die Brauerei dann umgebaut und da hatte unsere Chefin die Idee, wir könnten hier ein Bierbad machen. In den Gärbottichen der Brauerei bieten wir unseren Gästen jetzt ein Bierschwimmbad an. Das erste, was man wahrnimmt, ist natürlich der Biergeruch. Der sticht natürlich aus hier. Und sonst im Wasser ist es eigentlich ganz normal, wie in einer Sauna, in einer Therme. Es ist sehr gut für die Haut und man bekommt eine sehr feine, samtene Haut. Es wird auch empfohlen, sich danach eigentlich nicht zu duschen, weil es dann in die Haut einziehen kann und das also einen auch guten Pflegefaktor hat. Nun ja, ich glaube, die Gründe, warum die Leute ein Bier baden möchten, ist, dass es etwas Einmaliges ist. Es wird sonst weltweit nicht angeboten, nicht in dieser Form, nicht in dieser Größe. Wenn Sie unser Bierbad buchen, Sie können sich selber Bier zapfen, Sie können hier etwas essen, Sie können hier etwas trinken. Sie können einfach Spaß haben.